Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Supermodel Heidi Klum ist für ihre legendären Halloween-Kostüme bekannt und auch dieses Jahr hat sie keine Kosten und Mühen gescheut. In der New Yorker Lower East Side zeigte sie jetzt ihr beeindruckendes Kostüm, an dem ihre Crew viele Stunden arbeitete. Heidi Klum liebt Halloween. Bereits seit 2000 veranstaltet die Germany's Next Top Model Jurorin ihre legendären Gruselpartys. Genauso legendär sind auch die Kostüme, die die Mado Mama dabei trägt und mit denen sie sich immer wieder selbst übertrifft. 2020 und 2021 musste Heidi ihre berühmte Sause aufgrund der Corona-Pandemie allerdings absagen. Doch in diesem Jahr möchte die 49-Jährige endlich wieder ihren Lieblingsfeiertag zelebrieren. Hey Leute, das ist Gensham. Willkommen bei WTN Germany. Wenn ihr mehr Informationen über Europa und Deutschland-News wollt, dann abonniert unseren Kanal und klickt den Beleid. und Like our Video und Share mit your Freund und Familie. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.